Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DM Auto Teile. Wir präsentieren euch heute einen BMW E92 335 LCI, der leider einen leichten Bums gebaut hat und er bekommt ab heute oder von uns heute eine neue Sportpaket-Stoßstange. Kommt mal näher, dann zeigen wir euch mal, wo diese Stoßstange beschädigt ist. Zum einen ist sie unterhalb des Lüftungsgitters beschädigt, er ist vermutlich leicht aufgesetzt, so wie ich das mitbekommen habe, und an den Seiten ist diese Stoßstange rausgebrochen. Der Kunde hat sich dazu entschieden, unser Sportpaket zu verbauen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Einbau und bis später. Wishing euren Kunde hat sich zu verbunden, und das ist die Stoßstange, die Stoßstange Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, jetzt geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.